Das sind die Themen. Höllenhitze beim Götzendienst, hunderte Tote in Saudi-Arabien, Pläne des Vatikan, der Papst soll Ehrenoberhaupt aller Christen werden und kommt nach Netanyahu, der Antichrist, Juden träumend vom Dritten Tempel. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Heute wollen wir uns einmal in drei große Städte begeben der drei Weltreligionen, nämlich nach Mekka in Saudi-Arabien, in den Vatikan, nach Rom und auch nach Jerusalem in Israel. Und starten werden wir dabei in Saudi-Arabien, wo ja immer die Hatsch, die Pilgerfahrt nach Mekka stattfindet, ein langer Marsch für viele Muslime und aufgrund der hohen Hitze kam es auch zu hunderten Toten während dieser Pilgerfahrt. Dazu wurde berichtet am 19. Juni. Viele Pilger sterben bei Hatsch. Diplomat spricht von 600 Hitzetoten aus Ägypten. Die Temperaturen überschreiten teils 50 Grad. Die Behörden rufen Gläubige deshalb bei der muslimischen Wallfahrt Hatsch dazu auf, sich zu schützen. Dennoch kam es zu zahlreichen Todesfällen. Diplomaten zählen mittlerweile mindestens 600 Tote allein aus Ägypten. Die Zahl der Todesopfer durch große Hitze bei der muslimischen Wallfahrt Hatsch in Saudi-Arabien steigt weiter an. Und natürlich wünschen wir als Christen niemanden, dass irgendjemand bei irgendeiner Pilgerfahrt, auch wenn es für nicht unseren Gott ist, irgendwie ums Leben kommt durch Hitze oder was auch immer. Aber wir müssen auch anhand der Bibel ganz klar feststellen und kritisieren, dass diese Pilgerfahrt rund um diesen Kabastein biblisch betrachtet nichts anderes ist als Götzendienst und was der Gott der Bibel verboten hat. Dazu heißt es im dritten Buch Mose Kapitel 26 Vers 1, ihr sollt keine Götzen machen. Ein Götterbild und eine Säule sollt ihr euch nicht aufrichten. Zum Beispiel auch vor dem Vatikan, da sehen wir ja auch diesen Obelisken, seine Säule soll eigentlich auch nicht dastehen. Auch keinen Stein mit Bildwerk in eurem Land sollt ihr aufstellen, dass ihr euch davon niederwerft, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Und viele werfen sich ja, wenn sie, egal in welchem Land sie leben, werfen sie sich nieder und beten in Richtung Kaaba, in Richtung dieses Steins in Mekka und biblisch betrachtet ist das eben Götzendienst und eigentlich verboten und Muslime glauben, Abraham hätte irgendwie diesen Stein dahingestellt oder schon verehrt, was biblisch betrachtet natürlich auch falsch ist. Und wir müssen ganz klar auch festhalten, dass diese Art von Anbetung auch gar nicht am Anfang bei Mohammed dabei waren, denn Mohammed ließ zuerst die Gläubigen in Richtung Jerusalem beten, als die Juden aber dann Mohammed abgelehnt haben als falschen Propheten, der er ja auch ist, hat Mohammed gesagt, gut, dann betet Richtung Mekka. Nun, wir verlassen aber auch Saudi-Arabien wieder schnell und kommen damit nach Europa, nach Rom, in den Vatikan. Ja, und der Vatikan bzw. der Papst hat ja immer wieder neue Pläne und der neue Plan des Vatikan sieht so aus, dass der Papst jetzt als Ehrenoberhaupt aller Christen fährt werden soll, womit wir als Christen natürlich ein ernsthaftes Problem haben, denn am 13. Juni wurde dazu Folgendes berichtet, Vorschlag aus dem Vatikan, der Papst als Ehrenoberhaupt aller, aller Christen, Katholisch-Baptisten, Adventisten, Orthodox, er soll der Ehrenoberhaupt aller Christen werden. Der Vatikan hat ein Dokument vorgestellt, das die Stellung des Papstes innerhalb der christlichen Kirchen in Ost und West verändern könnte. In dem Text wird vorgeschlagen, dass diese den Papst als Ehrenoberhaupt akzeptieren. Ein neues Verständnis des Papst-Primats und eine veränderte Ausübung dessen sollten zur Wiederherstellung der Einheit der Christen beitragen. Also egal ob Ost oder West, ob orthodox, katholisch, evangelisch, baptistisch, was auch immer, alle sollen den Papst in Rom als Ehrenoberhaupt aller Christen anerkennen und verehren, damit dadurch, durch diese Verehrung des Papstes und der katholischen Kirche, die Wiederherstellung der Einheit der Christen entstehen soll. Nun, wir sollen uns nicht vereinen in eine Kirche, die nicht mehr dem Christus folgt und es auch noch nie getan hat, schon gar nicht einem Papst, der sich selbst Heiliger Vater nennt und nennen lässt. Denn wir schauen mal, was Jesus sagte und worin wir uns als Einheit präsentieren sollen. Denn Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 9 und in Johannes 17, Abvers 20, nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und wie nennt sich da der Papst? Heiliger Vater. Wir sollen also noch niemanden Vater nennen und dann noch Heiliger Vater, das widerspricht Jesus. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins sein, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns, im himmlischen Vater und im Sohn Gottes Jesus Christus eins sein und nicht in den Papst oder in einer katholischen Kirche eins sein sollen, auf dass sie eins sein, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Die vollendete Einheit, laut Jesus, geschieht nicht dann, wenn wir alle Christen, den Papst im Vatikan, irgendwie als Oberhaupt aller Christen anerkennen. Das ist keine Einheit in Christus, sondern eine Einheit in einer Kirche, die sowieso kein Bestand mehr haben wird, wenn Jesus zurückkommt und sein Königreich errichten wird. Wir sollen in Gott, in Jesus Christus alle eins werden und nicht in einer Kirche, die der Lehre der Bibel sowieso widerspricht und allein die zehn Gebote schon geändert hat. Wenn wir da eins sind, da sind wir nicht eins in Christus. Man kann nicht zwei Herren dienen, dem Papst und Jesus. Deswegen müssen auch die Katholiken sich entscheiden, wem sie folgen wollen. Dem Vater in Rom oder dem Vater im Himmel. Nun, nachdem wir jetzt in Mekka und im Vatikan vorbeigeschaut haben, geht die nächste Reise Richtung Israel und Jerusalem. Bevor wir das aber tun, schalten wir nochmal kurz in die Werbung. Kennen Sie das? Sie sind begeisterter Fußballfern und reisen zu jedem Auswärtsspiel Ihrer Mannschaft, um sie anzufeuern? Wenn das Spiel zugunsten Ihrer Mannschaft läuft, sprechen Sie sogar von einem Fußballgott, aber wenn Ihre Mannschaft verliert, sind Sie sogar so traurig, dass Sie sich krank schreiben lassen? Wir wünschen gute Besserung, denn die Bibel sagt, dass die Menschen in der Endzeit das Vergnügen mehr lieben werden als Gott, weswegen wir eine Lösung für sie haben. Glauben Sie an den wahren Gott, lieben Sie die Bibel mehr als das weltliche Vergnügen und folgen Sie Jesus Christus, denn Jesus wird immer der Sieger sein. Und auch heute sage ich immer wieder, egal welche Werbung da im Fernsehen läuft, die beste Werbung ist immer noch die Werbung für unseren Gott, den Gott der Bibel und für die Wahrheit. Wir kommen damit nach Israel, genauer gesagt nach Jerusalem und da gibt es ein Rabbi, ein sehr bekannter Rabbi, der schon vor langer Zeit sagte oder voraussagte, dass Benjamin Netanyahu der letzte Premierminister Israels werden würde, weil danach der Messias vor der Tür stehen würde. Dazu ein Artikel vom 1. November letzten Jahres, da heißt es Der Lubavitscher Rebbe sagte, dies wäre Während des Wahlkampfes in den 1990er Jahren von Netanyahus erste Amtszeit. Heute herrscht in Israel eine Art apokalyptische Stimmung, Bibi ist Premierminister und das Zepter ist in seiner Hand. Werden Netanyahu die Nationen und die Welt den Messias bald willkommen heißen? Nun, es wäre wünschenswert, wenn Netanyahu, Israel und die Nationen der Welt Jesus Christus als Messias anerkennen und irgendwann willkommen heißen würden, aber die Bibel sagt ja, Jesus sagt, der Gott, Jesus wird nicht Glauben finden, wenn er zurückkommt, sondern im Gegenteil. Viele Menschen werden ja dem Antichristen folgen und das Bedauerliche ist, dass bevor Jesus kommt, ja zunächst der Antichrist kommt und ich hoffe, dass die Menschen dann auch in Israel erkennen, dass das nicht ihr Messias sein kann. Denn der Traum vom dritten Tempel, den die Juden hier haben, der wird ja auch Wirklichkeit werden, allerdings wird sich der Antichrist in diesem Tempel offenbaren. Zunächst dazu nochmal ein Artikel vom 8. März 2022, da heißt es Der Traum von einem dritten Tempel Der erste Tempel in Jerusalem wurde vor 3000 Jahren von König Salomo erbaut, der zweite Tempel, manchmal auch Herodes Tempel genannt, wurde 516 v. Chr. erbaut. Die umfangreichen Rekonstruktionen des Herodes wurden knapp 100 Jahre vor dem Abriss des Tempels im Jahr 70. Chr. durch die römischen Besatzungstruppen abgeschlossen. Muslime betrachten die Idee, eines dritten Tempels auf dem Tempelberg zu bauen. Als Beleidigung des Islam, da die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom dort errichtet wurden, wo der Tempel stand. Und deswegen wird es ein schweres Unterfangen, die Muslime davon zu überzeugen, dass man doch am besten mal die Al-Aqsa-Moschee, den Felsendom irgendwie abreißt, um dann den jüdischen dritten Tempel dort zu errichten. Das könnte böse enden. Schauen wir dazu mal, was in der Bibel steht, nämlich in Daniel 9, Vers 27, da heißt es und er, der Antichrist, wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, nämlich sieben Jahre. Und in der Mitte der Woche, nach dreieinhalb Jahren, wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Wenn der Antichrist also Schlacht und Speisopfer im dritten Tempel aufhören lassen wird, müssen sie natürlich zuvor erstmal eingeführt werden, und zwar im dritten Tempel, der bald in Israel stehen wird. Und neben dem Flügel des dritten Tempels werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt, dem Antichristen. Es ist also eindeutig prophezeit und es wird auf jeden Fall einen dritten Tempel geben. Und das wird auch nicht ein Tempel des Satans sein. Es ist ein Tempel Gottes, es ist Gottes Tempel, der entweder vom Himmel auf die Erde kommt, wie das neue Jerusalem eines Tages, oder wird tatsächlich gebaut werden. Und da wird auch der Gräuel der Verwüstung stehen, was laut dem Buch der Offenbarung das Bild des Tieres ist. Es gibt die Zahl des Tieres, das Malzeichen des Tieres, den Namen des Tieres und eben auch das Bild des Tieres, eine Art Götzenbild. Und das wird der Gräuel der Verwüstung sein. Und wir schauen uns mal an, was der Antichrist in diesem Tempel Gottes dann tun wird. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Abvers 3 Lasst euch von niemanden in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, nämlich der Glaubensabfall und der Mensch, der Sünde geoffenbart werden, da auch als der Gesetzlose bezeichnet wird, der Sohn des Verderbens der Antichrist, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sogar laut dem Buch Daniel das Gesetz Gottes ändern wird, was ja auch im Christentum geschehen ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Es ist nicht der Tempel Satans, es ist der Tempel Gottes und weil er diesen Tempel Gottes entehrt, das wiederum macht diesen Götzendienst in diesem heiligen Tempel so unglaublich antichristlich und satanisch, denn er gibt sich in diesem Tempel Gottes als Gott aus und er wird natürlich besiegt und beseitigt werden vom wahren Messias, nämlich von Jesus Christus und ich hoffe und bete dafür, dass die Juden, dass Israel, dass die Muslime, dass alle Nationen der Welt Jesus Christus lieber früher und später annehmen, denn irgendwann kann es auch zu spät sein. In diesem Sinne lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt auch gerne den Kanal. Danke dafür und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel, fragen Sie den Gott Israels im Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, der König Israels, der Richter der Welt, der Messias und Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen, Gottes Segen und bis heute Abend im Livestream. Amen, Gottes Segen und bis heute Abend im Livestream.